Hallo Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit neuen Abenteuer mit Lara Croft unterwegs, Rise of Tomb Raider und wir erkunden mal hier die ganze Höhlenlandschaft und versuchen hier mal da rauszukommen. Ah oh, wir müssen hier hoch! Äh, und jetzt? Und wir sind ja fast draußen. Haben wir irgendwas vergessen? Ne! Also können wir hier erstmal wieder rausklettern bzw. rauswandern und haben somit die Höhle hier erforscht. Ähm, ich mag solche Wände nicht. Aber da müssen wir hoch! Da hilft alles nix! Und nochmal das Ganze. Wir haben den Anschluss verpasst. Sag mal! Jetzt wird's langsam peinlich. So! Und wieder hochklettern. Das sieht tief aus. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Und hier wieder runter. Ja. Hier wieder raus. Hier hoch! Und dann müssten wir wieder gleich draußen sein. Jawohl! Gucken wir uns mal ein bisschen um. Gucken wir uns mal ein bisschen um, ein bisschen um, ein bisschen um, ein bisschen um. Dann gehen wir mal ein bisschen um. Dann gehen wir mal hier hoch. Dann nehmen wir mal da die Leiter. Und gehen wir mal wieder aus der Höhle raus. Dann gehen wir mal wieder aus der Höhle raus. An's Tageslicht. Dann gehen wir auf der Höhle raus. Das geht ja ab. Dann gehen wir mal in der Höhle raus. Dann gehen wir noch ein bisschen um. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal an. Und dann gehen wir mal deutlich los. Und jetzt geht's. Karte auf, haben wir alles gefunden. Zwei Höhlen fehlen uns, ne? So, finden Sie den Eingang. Also müssen wir da hoch und dann da lang und dann da rüber und dann finden wir hier den Eingang. So, gehen wir erst mal zum Münzversteck. Mal gucken, ob wir das finden. Da drüben. Böse Wolfe. Die machen. Boah. Ah, da ist wieder eine. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe, aber ich verstehe es nicht genau. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe, aber ich verstehe es nicht genau. Ist auch nicht so wild. Ah, wir haben ihn gefunden. Warten jetzt. Da war noch ein Zeichen. Und da ist noch eine Höhle. Dann gehen wir jetzt mal reiten. Gucken mal, was da los ist. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Da ist noch ein Zeichen. Da ist wieder Erz. So, dann gehen wir mal hier lang. Da liegt ne Flasche rum. Da steht ne Flasche rum! So, dann gehen wir mal hier lang. Ganz vorsichtig lang. So, dann gehen wir mal. indigenous. Scheiße! Mhm. Sind wir da? Wir müssen hier raus. Und hier hoch. Wo waren wir hier? Und hier drinnen waren wir. Speichern wir mal. Speichern. Ich spiel speichern. Machen wir mal fortsetzen. Ich spiel. Ich spiel. Ich spiel. Ich spiel. Ich spiel. Ich spiel. Und hier. Ich spiel. Ja. Ja. Ich spiel. Ja. So, mein Freund. Schluss wird lustig. Jetzt können wir die Höhle wieder erkunden. So, mein Freund. 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 federn hartholz bergungsgut ein relikt gehen wir jetzt mal hin langsam geben die tür ist ja auch auf wir müssen da oben hoch gehen hier rüber und eine kiste ach da ein familienfoto russland späte 1950er jahre vielleicht war einer von ihnen hier gefangen die 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 die